hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt hier auf meinem kanal und es handelt sich wie man ja ganz offensichtlich eigentlich erkennen kann um den euro truck simulator beziehungsweise euro truck simulator 2 im multiplayer aber ihr seht ja wir sind hier schon mitten im spiel quasi wir sind schon vorgeschrieben wir haben schon so ein lkw wir sind auch jetzt kann man sagen wir sind 26 und 73 km gefahren weil und jetzt kommt das spannende das wird kein übliches let's play nein das wird ein bisschen ähnlich wie das path of excite let's play ein reines talk let's play es wird nur darum gehen dass ich jede folge ein thema habe und darüber rede und das spiel quasi im hintergrund nur spiele ich werde es live spielen ich werde kein gameplay raus machen und das dann danach vertonen aber ich werde halt das so machen dass ich quasi thema habe darüber rede und wenn das zu ende ist ist vollziehungsweise auch die tour zu ende also ich werde es auch so machen glaube ich dass ich lange touren große themen habe kurze themen kurze touren und deswegen auch ihr als zuschauer quasi gefordert und in der regie seid themen immer in die kommentare zu schreiben irgendwas zu schreiben mit zu diskutieren alles quasi zu machen wie so eine schöne große diskussionsrunde und wenn ihr mal nichts schreibt ja gut dann versuche ich selbst themen zu suchen und alles mögliche kann doch alles wo ich hinfahren soll und was ich tun soll und hast du nicht gesehen und ja ich würde sagen lassen jetzt erstmal damit anfangen eine fracht auszusuchen ich bin hier in prague in meiner garage warum ich ich weiß nicht warum ich damals mich dafür entschieden habe in prague meine garage zu machen das weiß ich nicht erbsen nach osnabrück wir seht ihr haben 30.000 schulden wird dann lieber direkt eine längere fahrt machen aber ich war eigentlich schon nach deutschland dann nehmen wir einfach erb beziehungsweise investen ich will erbsen nach osnabrück haben so und genau das thema hier für die erste folge quasi um alles einzuleiten um euch ein bisschen einzutrimmen auf das ding ist amazon amazon die welt macht im internet fragezeichen genau es geht um amazon und quasi über diese jetzt habt ihr wahrscheinlich das mikrofon gerade gehört ich das verschoben habe da kann ich erklären bestimmt und ja quasi wie die die welt macht im internet sind quasi das einzige worauf sich leute beziehen ich weiß nicht worauf ich wo ich hinfahre ich feiere falsch ach so ja ich lasse mich mal kurz wenden genau und zwar ist der anlass eigentlich für das ganze projekt und auch vor allem für das thema die nachricht die ich letztens im handelsblatt war es glaube ich gelesen habe amazon will im einzelhandel durchstoßen also im stationären einzelhandel dadurch dass die den lebensmittelverkauf beginnen dass ich diese nachricht gesehen habe war ich erst mal platt lebensmittel amazon als ist quasi neben dem vernünftigen geschäft mit kleidung das einzige wirklich das einzige was amazon quasi noch fehlt um das komplette produktfolio abzuschließen das ist halt wirklich das einzige was ist was du nicht vernünftig kriegst du kannst klar auf aber zur lebensmittel bestellen es gibt ja die was denn jetzt ja ich habe neun minuten restzeit das ist super da kann ich den auftrag direkt abbrechen weil der bringt mir nichts muss ich neun suchen nach london ist sogar sehr gut das ist quasi was kannst du auf amazon bestellen du kannst alles bestellen bücher spiele komchita produkte kleidung alles und lebensmittel gibt es ja auch schon es gibt klar die ganz normale lebensmittelsparte wo man ich bestelle zum beispiel gerne höhere wertige spirituosen die mal gerade also hier zum beispiel keine flasche oder so richtig halt im kaufland vor ort für 40 euro und auf amazon schon für 35 euro das ist auch noch so ein punkt amazon hat natürlich durch seine monopolstellung die möglichkeit auf zum einen die preise nach oben zu treiben aber sie machen sie nach unten weil sie dadurch wirklich diese kunden akquirieren können das ist für den konsumenten natürlich echt schön und für sie kriegen die mehr 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 und für den datenschützer und den anti monopolisten ist das natürlich die absolute helle äh aber zurück zu den lebensmitteln es gibt die einzelnen lebensmitteln ne so natürlich auch ähnliche waren spirituosen schokolade sehr gerne und es gibt die pantry box für alle die es nicht kennen der pantry box ist ein amazon prime produkt ähm du hast ich glaube eine 100 liter karton der irgendwie einmal pro monat kommt so ein abonnement ähm den du halt füllen kannst mit allen möglichen lebensmitteln also wirklich ähm produkte wie salz für 80 cent bis äh zu flaschen wasser alles was man halt an lebensmitteln braucht ich glaube monatlich ist sogar der häufigste rhythmus und ähm das zu humanen preisen also ich habe jetzt gerade im kopf ist ein komisches beispiel aber ähm ich weiß dass eine tube mayonaise vom billig hersteller 90 cent kostet das zahle ich genauso im aldi das heißt das ist ein wahres konkurrenzprodukt weil sonst kennt man das ja immer nur so zum beispiel von all you need is fresh oder äh halt anderen online supermärkten dass das ein tolles angebot ist dass man weiß das ist für die zukunft das was zählt aber der preis ich bin ja wirklich der internet revolution komplett und ich habe mich auch natürlich informiert ähm ist das interessant lebensmitteln hinterher zu bestellen aber ich bin darauf gekommen nein es ist zu teuer und ich habe nicht die auswahl wie in einem supermarkt allerdings glaube ich dass amazon das zum einen die auswahl hat noch nicht so extrem wie supermarkt aber schon nah und zum anderen die preise bieten kann und ähm wenn die jetzt stationäre geschäfte bauen wollen und das war nämlich das was im handelsblatt stand dann ist das eine ernsthafte konkurrenz zu walmart zu tesco zu aldi zur schwarzgruppe und ähm ja your mom get äh capsa ja das ist auch eine schreckliche krankheit capsa will man nicht bekommen ähm und also amazon stell dir vor wir haben schreiben mich 2025 du gehst in die stadt jetzt einkaufen und gehst in den amazon laden das muss man sich vorstellen ne ähm da hätte wirklich äh amazon quasi das monopol im gesamten versand und verkaufsgeschäft wenn sie das wirklich durchziehen und natürlich erfolgreich werden es gibt immer ganz viele faktoren die sowas selbst bei so einem großen unternehmen scheitern lassen das ist äh immer immer drin es wird geringer aber es ist drin und ähm ja ja jetzt weiß ich gerade nicht was ich sagen wollte genau das andere das fand ich ein bisschen bescheuert aber die haben in der usa testen die das aus dass es sozusagen sogar noch einen zusätzlichen ähm drive through gibt für äh lebensmittelgeschäfte das heißt ähm du fährst auf den parkplatz weißt vorher was du gekauft hast das ist in der liste eingetragen auf amazon ähm auf der auf dem parkplatz vom amazon geschäft stehen kameras du fährst auf den parkplatz und mit einer drohne oder einem roboter oder per mitarbeiter beim drive through stand kriegst du deinen gesamten einkauf und bist in 10 minuten durch mit dem einkauf für eine 5 köpfige familie für eine woche das ist natürlich eine hammer technik ich würde sie nutzen ich weiß aber nicht ob sich das durchsetzen würde zum einen klar datenschützer die werden da auf die barrikaden gehen und zum anderen weiß ich nicht ob das für viele leute vor allem für ältere habe ich gerade eine nachricht bekommen ich dachte ich hätte eine nachricht im spiel bekommen ähm vor allem für ältere ob das praktikabel ist und äh dass für sie eine alternative für den stationären normalen einkauf geht wo man in die regale guckt und sagt aha ja das will ich oder eine einkaufstätte hat aha das brauche ich ist eine frage das wird sich zeigen uh jetzt habe ich die lichthupe anstatt die hupe genommen ähm ja ähm und was es jetzt noch schon gibt ist der amazon dash button das ist für alle die es nicht kennen das ist so ein kleiner button per wlan verbunden den hast du zum beispiel an deiner waschmaschine und ähm was tut der da ähm und du kannst da muss ein knopfdruck drauf machen und äh wenn du zum beispiel beim waschen bemerkst oh ich habe die letzte ähm portion waschmittel verbraucht dann drückst du da drauf und in drei oder vier tagen glaube ich kommt dein waschmittel ähm ist äh klingt praktisch der trailer dazu sieht auch ganz toll aus sieht der findet der auf amazon startseite ähm ich sehe es zum einen problematisch an dass das ein knopf für jedes produkt ist was man braucht also also für jedes produkt einen knopf so rum ist besser ähm fürs waschmittel einen knopf fürs spürmittel einen knopf für toilettenpapier einen knopf und zum anderen bist du halt immer an ein produkt gebunden und du hast das ist kein preisvergleich das heißt ich muss das teure persil waschmittel sage ich mal nutzen äh weil ich davon ausgehen werde das ist kein nicht persil waschmittel ariel waschmittel äh car classic waschmittel dashbutton geben wird sondern nur den einen das sehe ich als großen kritikpunkt und das sehe ich auch als punkt der es dazu bringt dass das scheitern wird dieses konzept aber es ist halt ein schritt in die richtung dass amazon in den einzelhandel einsteigt in den konsumgüter einzelhandel um es mal so auszurücken der normale einzelhandel haben sie ja natürlich schon und sonst auch amazon die welt macht warum das kann ja nicht nur der einzelhandel sein wir haben ja schon drüber geredet bücher äh wenn du jemanden fragst an der uni zum beispiel vor allem da sind ja viele bücher im umlauf ja äh ich brauche den neuen mortimer für chemie wo kriege ich den ja guck doch auf amazon dann gibts den du guckst nicht mehr wie früher auf buch.de du gehst nicht mehr in den betulina ist ein gerät du gehst nicht mehr in den hugendubel und suchst dann nach einem sachbuch und bestellst das und kriegst das nach 30 tagen nein du gehst auf amazon äh suchst das buch es ist auch da also amazon ist soweit ich weiß das größte bücher versandteile mit dem größten angebot im internet ähm klickst drauf und es ist nach zwei tagen in deinem haus du musst nicht nochmal zum bücherladen gehen du zahlst keine versandkosten du hast den günstigsten preis gut buchwinde gesetzt sage ich jetzt damals es ist jetzt überall der günstigste preis das ist kein amazon vorteil aber du hast es halt einfach das ist bücher ist amazon du kaufst bücher nicht woanders also ich kenne ich kenne keinen der bücher woanders kauft und ich würde es selbst auch nicht machen ähm dann überhaupt eigentlich allgemein wenn man vom bestellen im internet redet redest du von amazon oder von ebay die beiden du redest nicht von redcoon du redest nicht von jakob elektronik du redest nicht von alibaba vielleicht noch im asiatischen raum ja nein du redest von amazon oder ebay das sind halt die beiden wenn es um das einkaufen im internet geht für ich sag mal normale produkte spezialprodukte ist immer noch ein anderes gebiet wenn ich zum beispiel ein ef relais haben will muss ich immer noch bei konrad bestellen aber auch da will amazon ja wirklich immer weiter sein produkt äh produktportfolio so heißt dieses wort ausbauen ich hab das gefühl dass dieses video von amazon gesponsert ist ist es aber nicht ich bin ein begeisterter amazon kunde um das so mal klar zu stellen ich bin kein kritiker von amazon ich will einfach nur darüber reden wie mein empfinden ist dass amazon halt wirklich zur weltmacht im internet wird und meine meinung dazu ist sag ich mal neutral neutral bis eher in den positiven bereich äh wenn wir jetzt zum beispiel auch darüber gehen ähm elektrikprodukte als spezialprodukte da wird amazon ja auch immer wieder größer äh angefangen mit dem amazon kindle ähm früher ich sag mal so 2008 2009 meine mutter hatte heute ein ebook weder was hat man gekauft ein tulino schein was konnte man noch kaufen ein sony ein arcos gerät und heute ja ich will ein ebook weder du meinst du willst kein kindle haben das ist halt so das ist quasi du könntest den dune eintragen für ebook weder gleich kindle das ist das einzige gerät und man muss sagen es ist eines der oder das beste gerät was ich kenne auf dem markt für als ebook wieder da hat amazon echt äh wirklich ein ding rausgehauen im gegensatz zu wenn ich jetzt zum beispiel das amazon fire phone nehme oder dieses amazon fire tablet es sind keine schlechten geräte es sind aber auch nicht die oberklasse und ich finde ich bin jetzt kein profi aber ich finde dass der amazon kindle als ebook wieder wirklich ein absolutes top produkt ist ich kann das jedem nur empfehlen ähnlich wie der toleno shine den finde ich auch gut finde ich aber ähm sage ich mal ein bisschen schlechter beim lesen hatte ich hatte beide geräte in der hand ähm beim lesen fand ich den amazon angenehmer aber gut das ist ein persönliches empfinden aber das gerät allgemein kann man fast nichts gegen sagen ist gut äh die bringen ja immer mehr geräte raus der amazon fire tv stick hallo das ist neben dem chromecast und apple tv das einzige htpc gerät was auf dem markt eigentlich brauchbar ist alles andere sind nischenprodukte ich wüsste jetzt auch gerade nicht mal andere produkte für htpc also quasi so ein multimedia pc für den wohnzimmer ist das ja du hast ja ein stick den fernseher und dann hast du netflix aber zum prime maxdome youtube tf mediathek alles in einem gerät es gibt zum beispiel was ich habe aber das ist halt weil ich sehr computer affin bin kenne ich auf jeden fall raspberry pi und dann halt mit kobo kobo ist eine kostenlose freie linux distribution für media center das ist auch eine lösung ist auch genauso gut wie der amazon file tv oder chrome cast auf jeden fall deutlich besser als apple tv will ich auch jedem als herz legen also das ding 60 euro beziehungsweise 35 euro kostet westbway pi 60 euro mit gehäuse und netzteil das kann ich jemandem herz legen das ist das ist super dieses ding du kannst das als multimedia pc nehmen du kannst es als upload box habe ich es mir nämlich bestellt dass ich quasi meine youtube videos da hochlade während ich in der uni bin oder während ich im urlaub bin weil das ding verbraucht ja quasi keinen strom 11 euro im jahr wenn ich 24 stunden laufen lasse ja aber wie gesagt ich schweife ab das ist halt amazon fire tv stick ist neben chromecast und apptv nicht vernünftiger aber der einzige große bekannte der sich so richtig durchsetzt im angebot und jetzt auch ganz neu in deutschland glaube ich amazon echo für alle die das noch nicht kennen das habe ich auch erst ganz vor zwei wochen habe ich es glaube ich kennengelernt das ist nur eine box oder ein gerät halt er stellt sie in den raum und per sprach erkennung kannst du quasi dein haus damit steuern du sagst alexa heißt sie glaube ich die die frau in der software du sagst alexa lichtdümmen du sagst alexa heizung auf 18 grad du sagst alexa bestelle mir die nummer 28 von der pizzeria polo ähm es gibt solche ich sag mal teilgeräte beziehungsweise teilsoftwares zum beispiel als siri oder samsung spracherkennung ich weiß nicht wie die frau von samsung heißt ähm es gibt auch geräte die einzelne funktionen von dem amazon echo haben wie zum beispiel das hat ein radio das hat ein wecker das gibt ja alles kennt man ja wecker ist jetzt nicht so ein neues gerät das gibt schon länger aber das ding ist halt für mich einzigartig weil es alles in einem beinhaltet plus die software so verdammt gut ist ähm es funktioniert das ding sonst spracherkennung kennt man ja immer siri oder bei samsung es äh funktioniert da lau aber bei diesem echo ding das funktioniert das funktioniert wirklich und das funktioniert nicht nur mit diesen dingern ähm die im trailer gezeigt werden die wie ich sie gerade genannt hab nein das ding lernt halt quasi das ist so ähm du musst mehrfach quasi im gebrauch deine aussprache für begriffe machen und äh die funktion dazu halt dann quasi ja einmalig bestimmen und äh das erkennt das dann halt mit der zeit und das funktioniert das funktioniert gut und das ding wenn du äh das quasi in jeder wohnung hast oder in vielen oder auch in büros kann ich es mir auch perfekt vorstellen du sagst alexa ruft die konferenz äh mit allen mitgliedern das g20 ab an keine ahnung das ist toll das ist praktisch das ist gut das ersetzt komplizierte telefonsysteme ähm das ist halt ein gerät für alles und ähm ja das ist das ist halt auch quasi wieder sowas wo amazon quasi mit den anderen geräten die ich halt vorhin genannt hab ähm in der wohnung eines jeden nutzers mit der zeit irgendwann landen wird äh das ist es gibt doch so viel mehr amazon basics habe ich auch nicht genannt das ist äh es sind produkte von amazon selbst halt schon amazon verkauft dich nur amazon ich weiß gar nicht ob die selber fabriken haben die herstellen weiß ich nicht das sind wahrscheinlich fremd aufträger aber die haben eigene produkte hdmi kabel heute noch bestellt amazon basics es ist keine marke mehr dahinter das ist nichts mehr kein zwischenschritt verkauf über amazon produkt von amazon versand von dahl aber da ist amazon ja auch im fortschreiten es gibt ja die amazon air oder amazon prime air ich weiß nicht wie die heißt die haben einen eigenen versand dienst und das ding wird sich lohnen wenn die das richtig aufbauen glaube ich das könnte eine konkurrenz zu dahl ups und fedex werden für einzelhandels produkte ich sag mal so für den größten teil zum beispiel bei kleidung ich dachte er wäre fast umgekippt für kleidung und vor allem für business to business ist natürlich immer noch da werden die erstmal in den nächsten jahrzehnten sage ich nicht eine ernsthafte konkurrenz zu einer etablierten versandte kurier unternehmen werden aber das kommt ja jetzt huch ja ja all die produkte das ist halt wirklich der versand und die produkte von amazon das ist halt monopol da kannst du nichts gegen sagen klar du hast noch die möglichkeit woanders zu bestellen und amazon ist ja nicht so dass die anderen möglichkeiten unterdrücken du hast gute gründe ich selbst machst immer noch auch woanders zu bestellen amazon ist auch nicht immer das günstigste wenn du auf idealo es gibt auch andere preisvergleiche hier ich nutze halt immer idealo nutzt ist halt selten das günstigste produkt aber es ist immer ein günstiges und es ist fast immer dort verfügbar das macht das halt so dominant im internet verkauf bereich ja gehen wir rüber zu den anderen sparten gehen wir rüber zu amazon web services haha das habe ich mir auch in kleinzettel hier aufgeschrieben rede darüber darüber und darüber ich muss ja ich kann ja nicht ein Oberthema machen das kann ich drüber reden klar wenn ich jetzt nur aufgeschrieben hätte amazon hätte ich auch eine halbe stunde darüber reden können wenn ich die einzelpunkte aufschreibe ist es deutlich einfacher genau 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 kann ich eigentlich noch fragen zu stellen vorher noch als publikum als geehrte publikum meine Damen und Herren wie ist das bei euch bestellt ihr auf amazon bestellt ihr woanders macht ihr auch preisvergleiche immer oder sagt ihr ja ich bestelle bei amazon das am einfachsten nutzen der amazon geräte echo fire tv stick kindle wie findet ihr die geräte das sind alles fragen die ich quasi alle wobei man schön diskutieren kann ich werde mich da auch immer aktiv einbringen wenn da diskussionen kommen das ist ich kann ich kann auch wenn ihr wollt videos zu einzelnen wo ich über die einzelnen dinge rede noch machen also es ist für mich ein leichtes ein 30 minuten video über den amazon kindle zu machen oder den echo mein tv stick oder dem firephone wird schwieriger werden oder dem hdmi kabel da kann ich bestimmt 5 minuten drüber reden da müsste ich aber schon rotterdam nach amsterdam turm nur noch machen es wird ein bisschen kurz werden moin moin ja nee aber zum webservices kennt wahrscheinlich so direkt nicht jemand oder nicht jeder allerdings werden bestimmt manche von euch dropbox netflix foursquare reddit instagram das kennen möglicherweise manche von euch sind so ein paar bekannte firmen im internet sind so ein paar bekannte marktführer im internet die auf amazon laufen die laufen auf amazon web services das sind server beziehungsweise server simulation im internet amazon stellt halt die rechenkraft das rechenzentrum dafür und die laufen halt auf diesen servern und ähm das ist halt schon gigantisch wenn auf amazon alleine wenn ich die beiden produkte dropbox und netflix nenne ich habe auf netflix es kann der wikipedia beitrag gewesen sein wo stand dass netflix so in zwischenzeiten äh zwischenzeitlich mir fällt das passende adjektiv nicht ein ähm dass das teilweise äh angeblich ein viertel bis ein fünftel des gesamten internet datenstroms der usa einnimmt netflix streams ich habe das irgendwo war das ich glaube ich glaube es war wikipedia oder es war auf chip eine der beiden auf jeden Fall habe ich es gelesen und das ist halt schon eine krasse zahl 20 bis 25 prozent wären das und das ist ein produkt was auf amazon web services läuft dropbox hallo ähm eine der oder der größte cloud speicher anbieter da wären noch täglich terabyte ist ein anfang was macht der da vorne da wären noch täglich petabyte ich glaube das ist die nächste stufe wenn ich mich nicht täusche hoch und runter geladen ähm forsquare forsquare ist jetzt ein bisschen klein aber das ist auch da ist so ein übertriebener traffic drauf reddit eigentlich noch mehr reddit ist so mega ähm traffic lastig weil da halt so viele Leute posten auf instagram ich will gar nicht wissen wie viele bilder täglich auf instagram ja ich mach dir ja schon die spur frei drängler ich will gar nicht wissen wie viele leute videos videos gibt es ja auch und fotos halt auf instagram posten und die server laufen ich das das also ich sag dass das ohne probleme aber zu web services permanent eigentlich ein viertel des internets in der usa zumindest ausmacht ähm und dann stell dir mal vor dass ein viertel des internet datenstroms von einem unternehmen kontrolliert wird da kann linker seitenspiegel ich sag da nichts zu wenn man den satz hat ein unternehmen kontrolliert ein viertel des internet datenstroms der welt oder zumindest der usa dann weißt du dieses unternehmen ist eine welt macht eine fucking welt macht amazon prime auch das das ist ja nicht nur wenn wir das an rein zahlen des datenstroms messen auch amazon prime das ist halt quasi das ich nutze diesen satz das ist die einzige quasi konkurrenz sehr gerne und amazon prime ist genau dasselbe also ich rede von amazon instant video für mich ist das amazon prime ist das paket wo du eigentlich den versand service hast das ist gar nichts worüber ich zu recht ich reden kann das ist nicht so was ich vergleichen kann weil ich kein richtiges vergleichsprodukt auf dem markt kenne aus als prime deswegen kann ich netflix ich habe netflix über familienzugang meiner schwester meine schwester die youtube familie kennt ihr auf youtube ist so eine 30.000 abonnenten kanal der schwangerschafts und familien vlogs macht um erbung für meine schwester zu machen also netflix und amazon das sind die ein wo du angebote hast und das sind auch die beiden vernünftigen das sage ich so direkt max dome gibt es aber mein vater schwört auf max dome aber ich finde max dome halt lächerlich das ist die sagen ja wir sind das größte video on demand ding ja das liegt auch darin dass 75 prozent von eurem angebot pro 7 sat 1 group angebote sind und wenn allein durchschlag den rab 80 bis 100 sendungen sind jede tv total sendung da drin ist als einzelnes angebot ja klar dass sich das sammelt wenn die tagesschau mit ihren knapp ich weiß gar nicht irgendwann hatte ich es mal ausgerechnet mit ihren knapp 40 oder 50 tausend tagesschauen ein eigenes video on demand machen würden die wären auf anhieb von der zahl größer als netflix aber das wäre halt auch lächerlich weil das ist halt nicht so eine große produktion wie netflix oder amazon serien und das ist übrigens das thema für nächste folge ja genau dass ich über netflix und amazon serien rede deswegen will ich da jetzt gar nicht was tut der da der ist auf der falsche spur aber das ist halt auch wieder du hast halt nur die beiden weil es die beiden vernünftigen sind auch weil man natürlich dazu sagen muss es sind die beiden die es als einzige vernünftig geschafft und gestaltet haben maxdome hätte die möglichkeit gehabt sage ich auf dasselbe niveau wie netflix zu kommen es gab maxdome glaube ich ich könnte auch lügen früher als netflix ich bin mir fast ziemlich sicher mit love film hat es ja angefangen das ist auch ein amazon produkt maxdome war bei video on demand früher auf jeden fall früher in deutschland verfügbar als netflix und das ist noch so dass in deutschland zumindest das einzige vielleicht an den wahren nebenprodukt sky es gibt ja sky und demand oder wie heißt das sky and go das ist höchstens du kommst der sky nur wegen bundesliga nicht wegen on demand es gibt es gibt es gibt watch ever das ist also das ist ein bisschen muss man wirklich drüber lachen wenn du sagst ich guck auf ich guck meine serien auf watch ever ist das ein bisschen so wie wenn du sagst ja ich guck meine videos auf my video oder auf clipfish merkst du selbst amazon prime und netflix sind halt wirklich das sind auch die ich sag mal die größte qualitative auswahl halt wenn du allein solche serien wie breaking bad the walking dead games of thrones oder game of thrones ich bin mir nicht sicher ob dann es hinter muss wenn du sowas da hast das sind halt die qualitativ riesigen dinger und die verkaufsschlager dann holst du dir netflix oder amazon prime oder beides ich empfehle beides aber darüber halt wirklich deutlich mehr in der nächsten folge wenn ich über netflix und amazon prime rede ja genauso auch mit mehr musik mehr musik ist es noch nicht so krass aber mit amazon music das ist ja auch das musikportal die haben ja auch eine riesige auswahl da dringen sie halt auch immer weiter vor wobei ich da das gefühl habe da sind sie nicht so im ihren genre es ist gut ich nutze es halt ich habe in meiner amazon prime mitgliedschaft ist das ja mit drin da nutze ich das das ist ganz toll wenn man musik hören kann die radiosender ich finde den gute laune pop ich finde den gute laune pop wirklich ganz toll den höre ich immer morgens sehr gerne so für 15 minuten das kann aber auch daran liegen dass ich eher einer dieser konservativen musikmenschen bin die immer wieder quasi nur dieselben lieder hören und ich auch für mich ist musik youtube ich bezahle kaum bis gar nicht für musik also nicht dass ich es illegal mache sondern dass ich halt wirklich nur auf youtube oder auf kostenlosen plattformen sowas höre weil ich halt ich bin wenn ich in umfragen ich mache ja gerne online umfragen kann ich auch das wäre ein richtig interessantes thema wenn ihr wollt dass ich über online umfragen rede sehr 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 gerne da gibt es oft die frage sind sie jemand der gerne neue musik entdeckt und ich muss da halt immer sagen stimme gar nicht zu weil das ist halt ich bin halt wirklich jemand also ich habe auch so meine wochen sage ich mal dann mal da höre ich dann so zwei wochen dasselbe lied in meiner playlist mit so fünf anderen liedern und musikalisch ist jetzt nicht so das ist auch wenn man so privat smalltalk führt und dann da bin ich auch halt einer der leute die sagen entweder ja das was in den charts läuft manchmal sage ich auch gerne soundtracks weil ich habe ich habe ihr kennt ja meinen gamafrei soundtrack ordner das sind da irgendwie 50.000 lieder da hört ihr halt wirklich sehr gerne soundtracks von spielen und filmen das würde ich vielleicht noch sagen aber ich bin halt kein musikmensch taylor swift okay taylor swift ist eine göttin ähm das ist noch was anderes aber das ist ja jetzt eigentlich mal auch nicht so special musik das ist halt auch schon noch pop auch wenn ich taylor swift lebe da würde ich auch gerne drüber reden aber ne ähm ja ich bin halt was musik angeht nicht so aber das ist ja das was wieder ablenkt äh da sehe ich halt es ist groß aber es ist nicht die absolute super konkurrenz da sehe ich als äh ja nicht als weltmacht aber als einer der führenden mitglieder itunes an und äh immer weiter auf dem vormarsch ist spotify äh spotify deshalb weil es kostenlos ist beziehungsweise quasi kostenlos ist es ist ja beides möglich soweit ich weiß aber das kostenlose ist mit werbung ich finde solche konzepte gut wenn die mit werbung sind ich gehöre immer zu den leuten die sagen ja wenn irgendwo werbung ist unterstütze ich das großteils ich gehöre auch zu den leuten die haben keinen adblocker ähm weil ich weiß dass die sich halt darüber finanzieren und spotify denke ich halt ist deswegen so groß weil die halt dieses konzept sehr 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 gut ausführen ja und itunes halt winken weil es riesig ist musik gibt es auf itunes und aber das problem ist halt der musikmarkt ist halt wirklich riesig es gibt itunes das ist riesig es gibt google play musik das ist riesig äh und dann da gibt es ganz viele ich sag mal kleine portale die aber auch groß sind dieser äh dieser ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ähm hoch du 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 YouTube Vevo muss man auch nennen ähm was ist denn hier wieder los ähm yo ähm YouTube Vevo ich bin wie man merkt ich bin in der musik nicht so drin ähm es gibt radio immer noch das ist vielleicht jetzt nicht so ein einzelnes produkt aber das ist halt auch eine möglichkeit musik zu hören das machen auch glaube ich noch viele leute äh wieso weiß ich denn gerade so wenige musikanbieter ich kenn dieser ich kenn ah verdammt aber ihr könnt euch das ja mehr denken was da noch für anbieter sind da gibt es halt wirklich viele und einen großen markt und ja da ist auch amazon music keine wirkliche weltmarkt sondern wirklich eine der little player sag ich äh ja was auch in die richtung geht ist vielleicht die imdb wie viele können wir haben 280 weil man muss ja noch für 280 km nämlich themen füllen deswegen fällt mir das gerade so ein die imdb äh auch ein amazon produkt das ist das wissen viele tatsächlich nicht das ist also das ist ein amazon produkt ist das ist die international movie database so und die international movie database ist das das war knapp ist das portal wenn es darum geht sich informationen über filme einzuholen äh das ist das größte sag ich mal eines der ältesten tatsächlich amazon produkte und äh auch wirklich so das umfangreichste was es von informationen und auch der qualität von informationen angeht was wenn es wirklich um filme geht äh du suchst halt nach einem film oder nach einem schauspieler und du kriegst quasi alle informationen darüber imdb.com könnt ihr mal selber suchen das ist echt super ähm das ist halt auch da merkst du halt wieder quasi diese weltmachtstellung das ist gibt andere portale äh was ich sehr gerne anspreche ist quasi das nischenprodukt der deutschen synchron sprecherbank datenbank oder wie das halt irgendwie so in die richtung das ist noch sehr groß aber es ist halt schon gegenüber imdb ein nischenprodukt ähm oh und es gibt noch das äh wie heißt das meta 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 square oder meta score jetzt weiß ich gerade gar nicht wie das heißt meta score oder so das ist äh gibt es auch für komputerspieler das ist aber mehr eine bewertungs äh portal aber da findest du halt auch sehr viele daten über film und so äh da kannst du natürlich dann rotten tomatoes nennt rotten tomatoes finde ich super wenn zum filmbewertung geht rotten tomatoes soll ich ein video über rotten tomatoes oder über videobewertungsportale machen schreibt sie die komplette ähm ähm da findest du aber auch extrem viele informationen oder halt wikipedia würde ich da doch auf jeden fall nennen äh wobei die sich die informationen aus diesen portalen nehmen das ist halt wo aber ja ein bisschen schwer darüber das quasi so dann zu sagen ähm welche videobewertungsportale gibt es denn noch so groß oder ähnlich groß oder gut wie die wüsste ich jetzt auch schon gerade gar nicht ähm ach das ist halt wirklich ähm auch wenn es was darum geht eine der oder das monopol quasi oder genau ähm twitch das ist äh amazon hat ja twitch gekauft für fast eine milliarde dollar oder über eine milliarde ne eine milliarde dollar waren es glaube ich etwa 79 Millionen glaube ich und ähm twitch ist halt äh wort für sich was machst du äh ja ich twitche bin zu ja obwohl das sagt man nicht jemand sagt aber wenn man sagt ich streame dann sagt man ja ich bin auf twitch es sei denn man ist einer dieser ekelhaften you know menschen ich finde you know ekelhaft ich finde menschen auf you know ekelhaft ähm für mich ist das ein absolutes no go portal ich sage nur das stichwort Kinderpornografie und äh da bin ich komplett strikt ich werde nie auf you know streamen ich werde nie auf you know gucken ich werde meine negative meinung über was macht der denn da über you know immer beibehalten und ähm was tust du da sag mal nur weil wir weil du aus russland bist da musst du nicht besoffen sein ähm also you know ist für mich nein und you know ist ja auch ähm nicht so wie twitch ein computer oder ich sag mal spiele stream portal sondern halt da streamst du dich selbst als Person bei twitch geht das jetzt sag ich mal auch schon so durch die funktion der gaming talk show es ist aber noch der fokus ganz stark auf spiele und nicht auf sich selbst stream äh es gibt hitbox es gibt youtube gaming hitbox hat glaube ich verloren youtube gaming ist im kommen äh aber twitch ist halt die dominanz und äh auch die kombination amazon prime und twitch das ist auch da haben sie auch wieder gezeigt ja wir sind amazon wir wollen der weltmacht sein wir fügen das zusammen und ähm das äh ist erfolgreich das ist jetzt seit zwei oder drei wochen so und das ist schon erfolgreich vor allem auch weil es eine win-win situation ist amazon prime beziehungsweise amazon denkt sich ja die leute die auf twitch gehen sind ein weiteres kundenfeld für amazon und das ist so ähm ich weiß nicht was der da tut ich was tut der da ähm was tust du da mein freund hä 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 sa hallo da was ist denn mit dir ich kann hier nicht weiterfahren ähm wie gesagt twitch denkt sich ja äh das ist ein ist ein weiteres kundenfeld ich speichere mal hier vorsichtshalber ich weiß nicht was da noch passiert ähm äh ganz komisch äh wie gesagt twitch denkt sich ja das sind weitere kunden die einfach die möglichkeit nutzen ähm durch twitch amazon prime zu abonnieren und für die amazon prime bestandskunden sage ich mal äh äh ist es halt praktisch weil die durch twitch noch eine funktion mehr haben ähm ähm du hast ja auf twitch prime so heißt die amazon prime funktion auf twitch die möglichkeit kostenlos einmal im monat ähm kanäle zu abonnieren dieses kostenpflichtige abonnieren was sonst 5 euro kostet du hast alle funktionen von twitch turbo und äh du hast ne krone neben deinem namen was sich special macht und äh vor allem dieses abonnieren ist halt ähm echt super du musst selbst nichts zahlen aber der streamer den du abonnierst kriegt halt trotzdem seinen vollen Anteil von dem Abonnement wie er es beim normalen Abonnieren auch bekommen würde und ähm alles unglücklich Amazon muss natürlich zahlen aber ich denke dass es für Amazon wirklich äh sich amortarisiert dadurch dass die halt wirklich Kunden durch twitch als zusätzliches äh Prime-Merkmal akquirieren können ähm und wenn es so eine Situation gibt dann finde ich auch ist Kritik natürlich ist Kritik immer angebracht aber ähm negative Kritik ähm nicht wirklich so sehr angebracht wie äh wenn es jetzt für irgendjemanden einen Nachteil gäbe nicht mal für die ähm hier Twitch-Turbo-Leute gibt es ja einen Nachteil das existiert ja noch zur Zeit Co es gibt ja beide Konzepte und beide haben keinen Vorteil gegeneinander und wenn man sagt ja äh Twitch-Turbo läuft jetzt aus und ja dann kannst du halt für ich glaube fast denselben Preis Amazon Prime ist ja 50 Euro im Jahr ähm Twitch-Turbo kostet im Jahr und Sauger fast mehr glaube ich ich bin mir nicht sicher aber glaube ich ähm ja da kannst du dich noch nicht beschweren da kannst du doch nichts sagen und ja das ist halt auch wirklich noch so ein Feld wo sie extrem äh quasi dominant sind und ja auch schon die Welt macht eigentlich wieder äh das ist halt quasi da kannst du eigentlich die ganze das ganze Gespräch die ganze Argumentation wie ich sie komplett bisher in ähm der Folge aufgebaut hab die das einzige Konkurrenzprodukt oder die einzige Konkurrenzfirma zur Amazon im Internet sag ich ist Google äh weil Google äh äh auch die ähnliche oder eigentlich bessere technische Expertise hat und vor allem dieses extrem weite Feld also äh ich sag mal von der Anzahl der unterschiedlichen Produkte nicht der Produkte die man kaufen kann sondern der der Dienstleistung sag ich mal von Google ist natürlich Google deutlich größer aber bei Google hab ich irgendwie immer das Gefühl ähm also ich liebe Google keine Sorge ich bin auf eurer Seite aber bei Google hab ich irgendwie immer das Gefühl dass 90% ihrer Dienstleistungen nur so halbgar sind wir bringen sie mal raus weil ähm es könnte mal was werden und so die restlichen 10 die werden was also das nehm ich ganz oft wahr das ist halt wirklich Google du gehst auf die Google Startseite klickst da oben auf diese neun Punkte da siehst du ja 1000 Produkte 90% Beta dran der anderen 10% Alpha und ähm es taugt halt kaum was aber die die was taugen die sind richtig gut die Google Suche YouTube ähm Google Mail äh Google Docs das sind jetzt so die 4 Beispiele die mir so direkt einfallen die das Beste auf dem Markt sind also äh wenn mir jemand sagt dass es eine Suchmaschine im Internet gibt die besser ist als Google dann nicht der falsch sage ich äh mit Google Docs klar ich sage dass äh Microsoft Office besser ist aber auch Microsoft Office 365 oder wie dieses Online Portei von denen heißt ähm aber das kostet was Google Docs ist kostenlos und dafür dass es kostenlos ist sehe ich es als bestes Office Programm und als vor allem als bestes Online Cloud Office Programm LibreOffice und OpenOffice sind gut aber Google Docs ist besser sage ich äh YouTube da habe ich ja schon meine Witze so gemacht also bitte das ist das beste Video Portal im Internet und das ist auch das einzige MyVideo finde ich Schwachsinn äh Clipfish ist Schwachsinn ähm Vimeo naja ist eigentlich auch nicht so wirklich das wahre äh Dailymotion ist für äh Dailymotion ist eigentlich YouTube für äh Raubkopierer beziehungsweise für Leute die äh Videos hochladen wollen ohne Copyright Strikes zu bekommen das ist auch das einzig wahre Google Mail sehe ich auch als besten Mail Server an außer du hast Outlook oder halt einen eigenen nicht PHP sondern wie heißen die Dinger dann nochmal ich weiß gerade nicht wie das heißt aber ihr wisst das bestimmt SQL nein irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall und da ist London das sieht doch schick aus ähm auf jeden Fall ihr wisst was ich meine äh und dann gibt es halt so negativ Beispiele wie Google Flights ähm wie äh äh ja ich nutze diese Produkte nicht deswegen weißt du Google Plus ist vielleicht nicht so schwer ähm die hat Google rausgebracht und dann war's die sind nicht gut die werden selten eigentlich weiterentwickelt soweit ich das weiß und ja die sind doch echt nicht das wahre nicht das gelbe vom Ei und ich würde sagen ich hab relativ viel relativ umfangreich und auch für mich relativ befriedigend das klingt zwar ich also dieses Wort befriedigend klingt halt immer falsch weil man es mit der Zeit immer weiter versaut nur noch im Kontext gebracht hat ähm aber für mich relativ befriedigend äh das Thema besprochen habe und wir liegen jetzt auch bei einer Stunde ja gut wir sind auch äh quer durch Europa gefahren das ist natürlich wirklich eine Megatour ich würde sagen äh aber als äh Pilotfolge ganz gut kann man so machen die restlichen Folgen versuche ich halt dann so auf 20 Minuten dann immer zu bringen ist vielleicht sinnvoller aber eh gesagt schreibt Themen in die Kommentare diskutiert über die Themen und äh wir sehen uns bis zur nächsten Folge bis dahin und tschüss